Oh, das muss weg! Wie haut das Ding weg? Und da... Warte, war mir das schon geschlossen? Für wen kommst du denn noch? Das ist doch keiner mehr. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Das ist schön. Ja, ich habe aber schon große Geschäfte. Ich kann sie nicht auswählen. Dann halt, wer ist Team Nummer 2? Schlinge... 4-4-2 und... Das ist stärker. Also gelb ist ja nicht... Spechschere. Sehr gut. Ist ja eh nichts los hier. Ich lege es auch wieder. Daumen raus zu hauen. Das hält mit ihm nicht mehr lange. Gut zu wissen. Und dir ist gut, ja? Das sieht man. Ich vermisse ihre Spende. Oh. Der Gemeister hat sich auch mal wieder gewechselt. Auch interessant zu wissen. Das ist... Das ist da okay. Ich habe mich gerade schreckt, was hier abgeht. Äh... Beide bezahlen noch schön Schutzgeld. Das sind 4 auf Drehgescheiße. Schutzgeld, Schutzgeld, Pöpeln, Verwüsten und Pöpeln. Okay. Ist okay. Alter Schwede. Na gut. Dann wie kriege ich dich denn kalt, mein Freund? Ich hoffe ja nicht, dass du mir davon kommen kannst. Das erfolgreichste Geschäfte seit ist das da. Ich könnte ganz normal mit... Dingern hier rein. Mit Gangstern. Das kostet mich 20.000, wenn ich 4 schicke. Aber bringt das auf Dauer was? Ich denke halt nicht. Ich könnte nur alles voll Müll inhalten mit meinem Kram. Ich gehe langsam. Wie läuft das so? Hallo! Bearbeiten? Äh... Bestichte Motivation. So. Ja... Ja... Hier auch noch ein bisschen kommen. Das ist ja eh nicht so gut von daher. Kann ich das verschlechtern? Und das kostet. Viel viel weniger. Das ist die einzige Angestellten. Zwei davon und zwei hier. Ist ja auch keine Managerin. Ich kann auch hier manuell theoretisch... Das sind schon ein paar Angestellten. Oh... Das kostet aber sehr viel. Ne, dann nur die Motivation mache ich. Durchfindlichkeit ist ja auch nicht schlecht. Feierabend. Ist mir zu gut. Komm, noch langsamer. Motivation make! Dao! Das hilft nicht besonders, denke ich. Die sind immer teuer. Je besser sie sind. Ja, das war's. Dann gucken wir mal. Hier was wichtig. Also hier ist keiner. Kann ich auch nichts bestrichen. Hallo! 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 Bitte mach scheiße! Ja. Motivation. Äh... Geschwindigkeit kannst du machen. Äh... Geschwindigkeit... Äh... Geschwindigkeit... Äh... Es ist zu wenig was ich machen kann. Wie stehen die Aktien? Ja, das ist ja... Lieferservice. Gut, ich weiß aber nicht ob er überhaupt liefert. Von daher... Ist es mir eigentlich Jacke wie Hose. Da hat keiner gearbeitet und mehr Läden. Hat er aber nicht. Die kann ich leider nicht bestechen. Leider, leider. Was soll's? Was ist denn hiermit? Kann das Ding mal kaputt gehen, entgültig? Oder was ist damit? Ich auch... Ich habe noch ein Graffiti. Bestimmbombe. Da kann auch ein Arbeitsamt hier rein. Später... Äh, Gesundheitsamt. Arbeitsamt muss hier rein Arbeiten, arbeiten ist extrem was Motivation mein Freund, Motivation, runter damit Schicken wir hier schon mal Arbeitsamt Später dann auch hier hin Arbeiten die mal Stinkbombe ist hier unterwegs Das heißt Gesundheitsamt kann ich auch schon mal losschicken Gesundheitsamt kommt von da Und meine Stinkbombe ist schon drin Also kann nichts mehr schief gehen Der ist immer noch da Und jetzt gib endlich auf Ich habe alle seine Läden unter Kontrolle Ja jetzt geh nicht zu weit in die Ecke Aber genug Schaden auf jeden Fall So bei mir läuft es gut Ich habe kein Geldproblem deswegen hoffe ich dass mir noch alles gut hier läuft Aber ist einfach hoffentlich schon da Ja was kann ich mit dich tun Ui wir sind bessere Mitarbeiter Oh wieder ein Zielobjekt gesichtet Mache ich nur Geschwindigkeit Mache ich nur Geschwindigkeit Dann muss ich nicht das Amt noch mitschicken Sondern die kriegen von selbst Probleme Die anderen zwei sind ja noch unter meinem Schutz Den kann ich nichts So yippie da läuft wieder was Ich bin im Dienst Sehr gut Verschwinde Ich will den nicht mal auf der Bildfläche sehen Das soll weg Das ist ein Restaurant Will ich nicht Warum sind die so teuer? Die kosten fast zu viel wie eine Bombe Das will doch keiner haben Aber immer noch zu viel Ja dauert doch ein bisschen länger das von der Bühne zu kriegen Aber Gefahr ist er auf jeden Fall nicht mehr Guten Tag Und die Managerin habe ich schon Motivation gesenkt Es wird Zeit Dass ich mir das bereits mache Er soll merken Wer der Chef ist Ich hole mir die Stadt Unter meine Kontrolle Und mach dich Fertig Ich führe Ich überlege mal Bei so guten Kräften Ich, was ich da machen soll Ich sehe ein Problem Alter Der kompensiert das einfach mit noch mehr Ne das sind nur einfach weg Die Wechselzeiten Das sind viel zu viele Feierabend Bitte Waaas Fizikato Sowas tust du mir an Aber die Probleme sehe ich eh schon Was macht er denn da Was fällt ihm ein Komm ist er weg Kann man sich ein bisschen weniger Konkurrenz geschaffen Schon bauen die sich hier aus wie sonst was Das geht nicht Weil sowas von nett Oh, um den kann ich mich jetzt nicht kümmern Auch wenn die Wachen stark nachgelassen haben Doch, doch, doch Das geht wieder 3, 3, 2 Das ist okay 3, 2, 3, 3 Das ist noch stärker Dann theoretisch Vielleicht hat er sie verteilt Auf das neue Ding 1, 2, 1, 2 Die Schläger wollen die auch zu ihm 3, 3, 3 Ich habe 8 Gangster Mittlerweile ja Pizikato weigert sich Dann habe ich 9 Gangster Finde den erstmal Wo ist denn der Affe? Die Schläger wollen die auch mit Wenn er sicher ist Dawn jetzt kannst du auch noch ganz daraus toll ja danke was will ich mit ihm jetzt und es wird teuer danke das wollte ich hören der macht sich schon breit ich darf nie wer der stärkste hier ist ich weiß nur den größten schutz hat er und er weiß auch dass man kann nicht verlieren wenn man das hauptquartier behält ich zum beispiel bin auch unantastbar wenn man mich angreift ein paar wachen sterben meine gewinnen trotzdem ich kauf neu und fertig wenn hauptquartier weg ist dann nur gute nacht so du bezahlst noch das problem ist natürlich der kann mich jetzt auch angreifen das wenn ich so gefällt also einen kann ich anheuern das mache ich auch das mache ich jetzt mache ich jetzt das mache ich jetzt das mache ich jetzt übrigens falls ihr es gemerkt habt keine game news im moment denke ich weil ich letztens die letzten zwei partikel lange herr und der wusste ich auch dass sie nicht aktuell rauskommen und bis wann macht es den uhr scharf ich einen punk ok da ist schon genug los da ist auch die letzten paar 20 nicht aktuell die werde es zwar sein denke ich hoffe ich aber ja ich habe mir einfach mal nicht die mühe gemacht sondern einfach mal drauf los gestartet pizza kriegt schon wird auch nicht so lange mehr dauern vier mal in die woche die stadt dauert ja noch ein paar parts und dann das finale sollte auf jeden fall viel kürzer sein weil ich nur einen pc einstellen werde und wir von anfang an viel startgeld und alles haben werden und dann ist das spiel auch bin ich glücklich alles gesehen zu haben und zufrieden eigentlich war ich das nur weil das finale in der kampagne scheiße lief deswegen wollte ich irgendwie stimmung aufbauen in dem ich einmal ein freies spiel mit vielen pcs starken mache und einmal mit einem starken ich habe auch nicht diese wachen verteilung die er macht aber gut das kino schon immer da cool habe ich nicht gesehen so was mache ich okay der schwächste ist der die mission erfüllt danke 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 4 3 3 4 3 7 9 gangster habe ich ich kann nur noch 1 zehnten zurückziehen höchstens mehr nicht ich bin etwas planlos da hat mir jemand meine werbung weggenommen da ist wieder einer schlecht anzusprechen pasta parka das ist immer noch keiner konkurrenz am besten das sind die vergleiche ok aber die karte ist schon voll geworden seitdem er diese zwei neuen dinger gebaut hat die ganze ecke ich sage ja die gehört ihm so gut wie und das dann nur noch als zusatz hat er gebaut sie ist auch ganz nett da ich friere langsam vielleicht sollte ich eine kleine pause machen aber es macht spaß vielleicht werde ich auch so machen dass ich mehrere parts irgendwie ausbringe nur viermal die woche damit es auch ein bisschen mehr schwung hat so wer hat den bürgermeister unter kontrolle alter gesundheitsamt beruhigt sich jetzt mal okay dann komm mach mal hier wo ist es da oh das ist ein bisschen hoch tut er hat den zustand mindestens so viel oder so vielleicht beschwert er sich nicht mehr vielleicht beschwert er sich nicht mehr aber das ist der grund wahrscheinlich sonst alles andere macht ja keinen Sinn mehr sauber ist es repariert wird alles das ist kein Problem und 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 und